Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only BoxPodcast. Hallo und herzlich willkommen zum BoxPodcast, Ausgabe 297. Es ist der 30.05.2021. In der heutigen Folge sind mit dabei die Samira und ich, der Robert. Wir beginnen unsere Folge mit dem Rückblick aufs vergangene Boxwochenende. Und da fand in Berlin eine Veranstaltung statt im Argon Sports Park von der gleichnamigen Promotion von Ingo Volkmann. Samira, du hast diese Veranstaltung auf dem Promoter-eigenen Kanal gesehen. Was kannst du uns zu dieser Veranstaltung sagen? Ja genau, also die Veranstaltung fand schon am Freitag statt im Argon Sport Park. Ich glaube, das war die Tennishalle, da gab es halt so gegenüber oder ein bisschen schräg draußen vor dem Gym so eine Tennishalle. Und da haben sie, glaube ich, dann die Veranstaltung gemacht, sah zumindest so aus. Und das lief bei Argon TV. Ja, ich glaube, 18 Uhr hat es begonnen. Ja, ich habe mich da eingeloggt, dann dachte ich so, hä, warum geht es nicht los? Da stand dann die ganze Zeit, der Livestream startet, dann habe ich ein bisschen zu lang gewartet irgendwie. Wahrscheinlich so eine Viertelstunde, weil ich dachte, ja, es wird ja von alleine starten, war ich ein bisschen, habe ich nicht so gut mitgedacht. Und dann war es aber, habe ich, glaube ich, schon beim dritten Kampf eingeschaltet, aber ich konnte ein Glück einen Tag später dann im Re-Live nochmal alles, also auch die ersten beiden Kämpfe sehen. Also insgesamt kann man nur sagen, dass es echt eine gut gemachte Veranstaltung war. Ingo Rohrbach war der Ringsprecher. Matthias Preuß hat kommentiert mit einem Special Guest-Experten Sebastian Silvester, war halt da, hat ihm assistiert. Ich glaube, auch sein Debüt, ich habe ihn sonst, glaube ich, nicht so als Kommentator, auf jeden Fall nicht zuletzt gesehen. Und erst mal war er da mit Haaren total ungewohnt. Ich kenne ihn irgendwie immer nur ohne Haare, das ist so krass, das sieht ganz anders aus. Aber man muss sagen, die beiden haben echt einen guten Job gemacht. Man kann nur sehr wenig kritisieren, vielleicht eine Sache so, aber mir hat er sehr gut gefallen. Sebastian Silvester hat sehr gut aus Boxersicht, beziehungsweise wie so ein Trainer, auch die technischen Feinheiten erklärt, auch gesagt, so was derjenige jetzt falsch macht, was er besser machen müsste und so. Also es hat mir sehr gut gefallen, die beiden im Team. Und das erst mal grob, um es einzuordnen. Jetzt können wir mal kurz auf die Kämpfe eingehen. Das waren ja so viele. Deswegen muss ich jetzt erst mal hier runterscrollen. Also ja, Michelle Klich hat gegen Vera Kubikova geboxt. Der Kampf war halt im Bantam-Gewicht und war halt auch schon in der ersten Runde durch TKO vorbei. Das, Vera Kubikova hat ihr Debüt als Profiboxerin gegeben, ist eigentlich Kickboxerin, wurde in der Ecke gestellt und ja, hat dann so viel kassiert. Und irgendwann war es dann auch vorbei. Also sie konnte dann halt auch nichts mehr machen. Ja, sie könnte ein bisschen sauberer agieren, glaube ich. Klischo beim Nachsetzen war ein bisschen unsauber, dann viel schwinger und so. Aber sie hatte ja auch noch nicht so viele Kämpfe. Von daher zweiter Kampf, erfolgreich gewonnen. Ja, was mich dann nur ein bisschen gewundert hat, dass sie ja eigentlich deutsch ist und aus Nordrhein-Westfalen kommt und dann ein Postfight-Interview das irgendwie auf Englisch geben wollte. Da dachte ich so, hä? Also, hä? So, sie kommt aus Deutschland, will sie in Deutschland vermarkten auf einen deutschen TV-Sender und dann gibt sie ihr Postfight-Interview mit Ingo Rohrbauch auf Englisch. Also das ist wie wenn ich jetzt irgendwie so Italienisch rede. Ja, posso anche parlare di italiano, ma non assenza. So weißt du, das hat sogar keinen Sinn gehabt. Wenn da show ist, wenn da show ist, kann man da noch auf Holländisch machen. Ich kann zwei, drei Sätze Holländisch sprechen. Danke. Oder hat das für dich irgendeinen Sinn, dass man sowas macht? Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich es nicht so kapiert. Ich fand es sehr merkwürdig, aber okay. Vielleicht wollte sie einfach wichtig wirken. Ich habe die Veranstaltung leider nicht gesehen. Internationales Publikum ansprechen, obwohl es halt ArgonTV war. Also, keine Ahnung, war auf jeden Fall merkwürdig. Geht weiter. Man muss ja auch die Merkwürdigkeiten erwähnen. Dann Björn Schicke im Mittelgewicht gegen den Rapper Vito Vendetta. Der kam war auch sehr schnell vorbei. TKO in Runde 1 für Björn Schicke. Er hat sich erfolgreich zurückgemeldet. Ja, der Vito Vendetta hat halt gleich irgendwie eine Rechte kassiert, ist runtergegangen. Dann hat Björn Schicke im Gegensatz zu Michel Klisch sehr ruhig nachgesetzt, hat sich ihn hingestellt. Dann rechter Haken, zweiter Knockdown für Vito Vendetta. Und dann kam halt erneut ein Haken, dann kam der dritte Knockdown für Vito Vendetta. Und dann hat der Ringrichter auch den Kampf abgebrochen, zu Recht. Björn, ja, schnelle Arbeit für Björn. Er sah gut aus, hat sich gut zurückgemeldet. War das denn eine Standortbeschreibung auch für ihn? Oder Standortbestimmung? Naja, eigentlich nicht. Er hat ja seinen letzten Kampf gegen Martin Asumanian verloren. Und das war jetzt eher so, Martin Asumanian hat jetzt auch geboxt auf der Card. Das war jetzt eher so wieder, um überhaupt sich zurückzumelden und glaube ich, wieder Selbstbewusstsein zu tanken. Und hat er ja auch mit so einem vorzeitigen Sieg. Okay, der Gegner war natürlich jetzt auch nicht so stark einzuordnen. Darf man jetzt auch nicht vergessen zu sagen. Aber trotzdem, wir mussten halt auch erstmal in der ersten Runde dreimal zu Boden schicken. Und das war eher so, er ist wieder da und er will wahrscheinlich dann auch langsam wieder größere Aufgaben in Angriff nehmen. Wobei ich auch nicht denke, dass Martin Asumanian für ihn unschlagbar ist. Also gerade so, wie er sich jetzt im Fight dann auch später präsentiert hat. Aber ja, liebe Grüße an Björn. Immer ein Top-Boxer, Top-Mensch. Kann ich echt. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Sehr sympathisch. Auch im Interview danach. Dann Kovic zu Jamar Saidi im Super-Welter-Gewicht gegen Dennis Dauti. Der Kampf ging über die Runden. Da ist jetzt eigentlich auch nichts so wirklich Spektakuläres passiert. Jamar Saidi ist ja immer ganz ansehnlicher Boxer, ein guter Techniker, sehr beweglich. Den kann man sich immer echt gut angucken. Ich glaube, Sebastian Silvester hat da so ein bisschen moniert, dass manchmal so der zweite Angriff gefehlt hat. Das stimmt auch. Aber sonst hat er seinen Stiefel da runtergeboxt, hat sich die meisten Runden von zehn gesichert. Ich habe den Kampf 98-92 gepunktet. Genauso wie die drei offiziell. Da war ich ja auch mal erstaunt. Ja, also war ein recht klares Ding so für Jamar Saidi. Und ja, dann kommen wir zu Vincenzo Galtieri, Mittelgewicht gegen Khalil El-Harras. Ja, das war auch ein Punktsieg für Vincenzo Galtieri, der sich jetzt eigentlich auch recht gut zurückgemeldet hat. Er hatte ja auch schon mal gegen Thomas Pizzerilo, da sah er halt manchmal nicht so gut aus. War auch sehr enger Kampf. Und ja, dann diesmal sah er halt sehr gut aus, fand ich, gegen Khalil El-Harras aus Rom. Hat er echt dominiert, also von Anfang an. Vielleicht hat er in der zweiten Runde so ein bisschen, da war ein bisschen unpräzise so, die hat er verloren bei mir. Aber sonst kam er eigentlich immer besser in den Kampf, hat immer mehr mit seinem Gegner gespielt, hat ihn ausgeboxt. Harras hat manchmal dann auch irgendwann nur noch das Nötigste gemacht und hat seine Doppeldeckung. Und ja, eigentlich hat er nur irgendwie Knockout gefehlt so. Aber ja, auf jeden Fall 119, 109 für Vincenzo Galtieri, habe ich gepunktet. Die drei Punktrichter dreimal 120 zu 180, da war ich sogar ein bisschen nett zum Gegner. Von daher, klare Nummer für Galtieri auch, ja, auch ein, ja, klares Ding. Harro Matovusian hat danach gegen Damiano Falkinelli geboxt, also eindeutig einige Italiener da angereist. Im Super-Welter-Gewicht, kann man vielleicht auch nochmal, hat in der dritten Runde durch TKO gewonnen. Und das war, das war echt ein guter Kampf, also der hat mir gut gefallen. Harro Matovusian ist echt ein richtig guter Boxer. Also ich, das ist so, ja, vielleicht noch so ein bisschen übersehenes Talent oder noch nicht so aufgebaut. Also auch Sebastian Silvester meinte, das ist so ein Rohdiamant, den man noch, den man fördern muss. Also vorzeitig, den so zu schlagen und dann so ruhig zu boxen und so hart dann auch zu schlagen, da hat er auf jeden Fall was Besonderes so an sich, würde ich mal sagen, auch sehr ansehnlich. Aber man kennt ihn, glaube ich, noch zu wenig. Also es war auf jeden Fall eine echt gute Leistung gegen einen jetzt auch nicht so schlechten Gegner. Also Damiano Falkinelli, okay, der hatte so ein bisschen, der hatte davor Christian Avello Segura durch TKO in der 10. Runde in seinem letzten Kampf gewonnen. Deswegen war jetzt auch keiner, der da zum Verlieren hingeht und sich hinwirft. Also der war auch umgeschlagen bis dahin. Von daher, wenn du den in der dritten Runde dann schon so krass irgendwie dominierst und stoppst, dann ist das auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. William Skull hatte auch keine großen Probleme gegen Dragan. Dann Li Pai, auch K.O. in der zweiten Runde, sich perfekt hingestellt und dann fertig gemacht. Also ich glaube, das William Skull ist auch einfach so ein grandioser Techniker. Der stellt sich seinen Gegner hin in der ersten Runde. Dann ist er schon runtergegangen, Dragan Li Pai. Dann kam der Gong, zweite Runde, linker Aufwärtshaken, Knockdown erneut für Li Pai. Dann wurde er angezählt vom Ringrichter und dann war es auch schon wieder vorbei. Und dann kommen wir vielleicht zum aufsehenserregendsten Kampf im Mittelgewicht. Oder zu dem, wo das Ergebnis eigentlich am merkwürdigsten vielleicht war. Thomas Piccirillo gegen Martin Assumanyam. Aber Piccirillo hat ja schon irgendwie öfter bei Argon irgendwie komische Urteile oder nicht zu seinen Gunsten immer die Urteile so bekommen. Für mich hat er diesen Kampf dominiert. Anscheinend nicht für alle Ringrichter. Für mich hat er den Kampf dominiert, weil er einfach die meiste Zeit gearbeitet hat. Natürlich hat er nicht die härtesten Hände immer drin gehabt. Aber er hat halt von Anfang an, ist er auf Martin Assumanyam losgegangen und hat einfach gefeitet und hat sich Punkte gesichert und hat halt Aktionen gebracht. Und Martin Assumanyam hat sich den immer so ein bisschen ausgeguckt, ist stehen geblieben, hat so Doppeldeckung, hat ab und zu mal gekontert und so. Manchmal natürlich auch Hertha, er ist ja der Cousin von Arthur Abraham, hat sich dann manchmal auch so weggedugt und so. Natürlich hat er auch getroffen, aber für mich hat er einfach zu wenig gearbeitet. Deswegen habe ich Piccirillo Runde eins bis Runde, eigentlich fast bis Runde neun, alle Runden gegeben. Die zehnte habe ich Assumanyam und die zwölfte, aber die komischste Runde war die Runde sechs, weil Thomas Piccirillo trifft Assumanyam mit der Linken und Assumanyam geht runter. Also es war ein Knockdown und der Ringrichter ignoriert das einfach. Also der Ringrichter, der geht halt runter, Assumanyam, und der Ringrichter zählt den einfach nicht an. Da frage ich mich so, hä, was soll das denn? Also der zählt den nicht an und dann kam der Gong. Und dann haben sich natürlich auch alle, haben die Kommentatoren sich auch so gefragt, war das jetzt irgendwie, zählt man den dann nicht an oder was? Rettet jetzt der Gong, aber du musst ihn ja trotzdem anzählen, weil er war ja vor dem Gong angeschlagen. Er ist zwar sehr schnell wieder hochgekommen, aber er hat gewackelt. Wie kann man den nicht anschlagen? Also eigentlich ist es dann, ist es eigentlich eine 10 zu 8 Runde, wobei ich die auf meinem Punktzettel sogar 10 zu 9 gepunktet habe, weil das alles so merkwürdig war und weil das offiziell halt nicht angezeigt wurde. Aber eigentlich muss man die 10 zu 8 punkten und dann hätte ich halt ein noch klareres Ergebnis. Aber mein Ergebnis war halt ohne diese Runde, die so klar war, 118 zu 110 für Piccirillo, was halt auch schon sehr klar war, weil er einfach von vorne bis hinten mehr gemacht hat. Und ich sehe nicht, wie Martin Assumanian diesen Kampf da gewonnen hat. Offiziell haben das einmal 116, 113 für Assumanian, einmal 116, 112 für Piccirillo und einmal unentschieden mit 114 zu 114 gewertet. Und ja, das Ergebnis sagt, dass es auf jeden Fall sehr unterschiedlich gesehen wurde. Merkwürdig war, keine Ahnung, aber ich meine, warum zählt man so einen Niederschlag nicht an? Also hä? Kannst du das erklären so? Also gibt es da irgendwelche Regeln, die wir gerade nicht im Kopf haben? Also keine Ahnung. Gute Frage, gute Frage. Eigentlich nicht, oder? Also vor allen Dingen, es wurde auch am Nachhinein nicht aufgeklärt oder so. Da kam halt gar nichts mehr zu. Das war einfach, ich meine, was muss Piccirillo dann noch machen, dass er den Kampf gewinnt? Der andere war natürlich, Assumanian war Titelträger, aber trotzdem, also er hat für mich den Kampf klar verloren. Er hat einfach zu wenig gearbeitet. Und er war nicht der dominante Boxer in diesem Kampf. Und ich finde es echt, echt traurig für Piccirillo, dass er ständig solche komischen Urteile kriegt. Er hat ja schon gegen, wie ich vorhin erwähnt habe, Vincenzo, was auch sehr zweifelhaft war, irgendwie die Schlechteren gezogen. Dann hat der Adam Amkardorf durch K.O. 9. Runde zuletzt besiegt, was da sehr beeindruckend war. Und jetzt kriegt er halt schon wieder so eine Niederlage reingewirkt gegen Martin Assumanian. Das kann halt nicht sein. Also der arme Typ, so arme Boxer. Der arme Typ. Nein, ungerecht, so ungerecht. Ich habe auch keinen gehört, der gesagt hat, dass Martin Assumanian gewonnen hat. Also ich habe wirklich nur Leute gehört, auch wenn die es knapper gepunktet haben als ich, weil ich die Workrate immer sehr hoch bewerte. Aber alle hatten knapp Piccirillo vorne. Ich weiß nicht, was die da gesehen haben, diese Leute. Ja, nur dazu. Aber das war der Hauptkampf. Er war trotzdem spannend. Ich hoffe, es gibt vielleicht dann ein Rematch oder so, damit man das alles mal so richtig klärt. Aber ich muss sagen, sehr, sehr angenehme Veranstaltung und nicht so viel rumgelabert wie bei BILD+. Das hat mich echt entspannt. Und da reden auch Leute, die wirklich Ahnung von Boxen haben. Und das ist nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, was reden die da? Also, sondern du lernst wirklich dabei auch noch was, wenn du zuhörst. Oder denkst so, ah ja, stimmt, er hat recht und so, war gut. Auch eine Veranstaltung, auf die wir jetzt eingehen, fand, stand am 29. Mai. Das war ein Samstag in Kalifornien. Die war im Dignity Health Sports Park in Carson. Und da fand der Kampf im Bantam-Gewicht zwischen Nordin Ubali gegen Nonito Donair statt. Meine erste Reaktion war, ui. Und die nächste Reaktion war, huch. Wir haben uns ja letzte Woche eigentlich darauf festgelegt, dass Nordin Ubali diesen Kampf gewinnen wird. Und wir lagen ganz schön falsch. Denn der gute Nordin Totonair hat in diesem Kampf, der nicht über die volle Distanz ging, er ging nämlich nur bis zur Runde 4, ab Runde 3 auch mal schwer das Ruder gedreht. Also die ersten beiden Runden sah ich Ubali vorn, da hat er gut gearbeitet. Aber dann, in der dritten Runde, da hat nochmal der Altmeister, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, nochmal gezeigt, was er alles kann. Und hat ihn erstmal schön zum Boden gestreckt. Und eigentlich hat ihn auch nur noch die Rundenpause gerettet. Und in der vierten Runde hat er, wie man so schön sagt, den Sack zugemacht und ihn ausgenockt. Also Chapeau, Chapeau. Hätte ich nicht gedacht von Donair, war eine echt gute Leistung. So, was haben wir denn noch so im Angebot? Noch eine Veranstaltung in den USA, auch am 29. Mai. Die konnte man auf The Zone sehen. The Zone hat die mit einem nicht-deutschen Kommentar versehen. Die fand statt in Las Vegas, in der Michelup Ultra Arena in Las Vegas, war von Eddie Hearn. Und dort kämpften im Hauptkampf im Leichtgewicht Devin Haney gegen Jorge Linares um den WBC-Titel im Leichtgewicht. Samira, was kannst du uns zu diesem Kampf sagen? Ja, das war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Also Devin Haney gegen Jorge Linares Leichtgewicht, also um den WBC-World-Light-Titel. Ja, also auf jeden Fall ein sehr überraschender Kampferlauf. Also am Anfang dachte ich noch so, ja, sehr einseitige Nummer so. Also weil David Haney ist halt schon, der ist halt schon eine krasse Nummer. Also mir gefällt er halt extrem, extrem gut von seinem Stil. Und er hat halt von Anfang an, also er hat wahrscheinlich einer der besten Jabs im ganzen Box-Business. Richtig explosiv und auch recht hart so, also nicht komplett locker geschlagen. Er ist halt extrem talentiert, hat gleich, ist nach vorne gegangen, hat mit seinem Jab etabliert. Und schon in der ersten Runde hat gleich die Distanz auch gefunden. Also er hat die ganze Zeit Linares mit Treffern eingedeckt so. Linares hat sich das natürlich erstmal so angeguckt. Er ist ja eh eher ein Konterboxer. Hat so ab der zweiten so langsam, langsam so begonnen, ein bisschen mehr zu machen. Aber für mich wurde der halt komplett ausgeboxt von Haney. Er hat ihn dann auch an den Seilen gestellt, hat seine Aktion vorhergesehen, antizipiert. Er ist extrem beweglich, er duckt sich weg. Er bleibt nie vor Linares stehen. Wenn er eine Aktion gebracht hat, steht er plötzlich dann wieder woanders und so. Also ich finde, er hat einen sehr eleganten und sehr kraftvollen Stil. Und dann auch so vier Jabs hintereinander feuert er ab. Also zuerst war es sehr einseitig bis zur Runde 8. Die hat bei mir alle Haney gewonnen, also alle auch recht klar. Ja, es war ja schon von vornherein klar, dass Linares da eher so die Knockout-Power hat und dann eher dadurch so kommt. Aber habe ich da nicht so mit gerechnet, dass das dann wirklich noch dazu kommt. Dann in der neunten Runde, ja, war es halt eine enge Runde so. Da kam halt Linares mit einem sehr guten linken Aufwärtshaken durch und hat halt wirklich Haney zum Wackeln gebracht. Und das war halt schon sehr beachtlich. Deswegen habe ich ihm die Runde gegeben, weil das halt ein sehr beachtlicher Treffer war, obwohl er eigentlich auch in der Runde weniger gearbeitet hat. Aber wenn du jemanden so anschlägst, so deutlich, finde ich, dann kann man dem auch die Runde geben. Dann die nächste Runde war halt auch extrem. Durch einen kurzen rechten Haken hat Linares halt erneut irgendwie Haney echt in den letzten Sekunden irgendwie angeschlagen. Der ist dann wackelt in seine Ecke zurückgelaufen. Also er hat wirklich wackelige Beine gehabt. Da dachte man so, wow, also jetzt fängt er sich natürlich echt gefährliche Dinge. Das kann echt bald zu Ende sein. Das war, also das hat natürlich auch mit dem Kampfziel zu tun, weil Haney da sehr hohes Risiko in den letzten Runden gegangen ist und auch sehr viel Fuß an Fuß gefightet hat und auch eigentlich meistens auch recht gut dabei aussah, aber natürlich dann in diese Distanz kam, wo er halt diese kurzen Haken von Linares teilweise gefressen hat, die ihn halt so angeschlagen haben. Deswegen war die zehnte Runde bei mir dann natürlich auch für Linares. Die elfte und die zwölfte habe ich auch alle Linares gegeben, weil Haney hat zwar sich immer besser sozusagen zurückgeboxt und so, aber man hat auch noch in der elften gesehen, er ist immer noch angeschlagen, er ist immer noch auf wackeligen Beinen, macht zwar das Nötigste, langsam kommen die Reflexe zurück, ist nicht mehr so verzögert, aber man hat es ihm halt angesehen und Linares hat echt probiert, dann auch die Lücken zu suchen, hat gut gearbeitet so. Man kann zum Glück sagen, ja, okay, zwölfte Runde war Haney wieder komplett so da, aber er war halt extrem müde, was er da zuletzt angefressen hat. Er hat auch eine extrem hohe Workout vorher an den Tag rangelegt, deswegen die letzten, ja, die letzten Runden hat sich bei mir halt die neunte bis zur zwölfte Linares gesichert, deswegen habe ich 116, 112 für Haney gepunktet, aber man muss sagen, er hat sich da echt gut gerettet. Er hat zwar im Postfight-Interview gesagt, dass er nicht angeschlagen war, aber er war komplett angeschlagen. Das sieht auch jeder, der sich das anguckt. Ich meine, er hat gewackelt, als er zurückgelaufen ist. Also es hätte schief gehen können dafür, dass er halt am Anfang so krass dominiert hat, aber mir hat er halt echt gut gefallen, weil er einfach gezeigt hat, er kann in verschiedenen Distanzen sehr gut boxen, er kann sich umstellen, er kann auch mitfighten, er kann Risiko gehen, er hat probiert, auch seinen Gegner hart zu treffen und hat halt dabei selbst kassiert. Sehr ansehnlicher Kampf, ist dann doch noch spannend gewesen, spannender, als ich es zu Anfang dachte. Die Punktrichter haben 2x116, 112, so wie ich gepunktet, 1x115, 113, also das Ergebnis geht völlig in Ordnung und sehr ansehnlich. Haney hat ja auch mit 17 in Mexiko sein Profidebüt schon gegeben, sein Vater stand auch in der Ecke, Bill Haney. Sehr, gefällt mir sehr gut, muss natürlich noch ein bisschen lernen, es kann schief gehen so gegen manche, wenn du so hohes Risiko dann gehst und dann liegst du halt flach und dann kannst du dich nicht da retten, er ist erst 22, aber ja, er hat seinen Titel erfolgreich verteidigt, behalten, war ein bisschen gefährlich, aber er ist überstanden. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da haben wir diverse Aufbau-Kämpfe unter anderem, fangen wir mit den leichten Sachen an. Am Freitag, den 4. Juni, findet im Hotel Holiday Inn in, oh, das wird schwierig für mich auszusprechen, Cuernavaca Morelos in Mexiko eine Veranstaltung statt, wo David Lemieux im Supermittelgewicht gegen David Segara ankämpft, ein Aufbau-Kampf. Ja, wer da Favorit ist, brauchen wir wahrscheinlich nicht unbedingt sagen. In Russland findet am gleichen Tag in St. Petersburg eine Veranstaltung statt, wo Fedor Shulinov gegen Rino Liebenberg, ein Boxer, der auch in Deutschland schon öfters geboxt hat, kämpft. Der könnte ein bisschen enger sein, was Shulinov mich jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so großartig überzeugt hat. Da müsste man mal gucken, was rumkommt. Aber meistens ist es ja schon so, dass auch die Russen sich da eher Leute mal holen, die nicht ganz so gefährlich sind. Und in England am 5. Juni findet eine Veranstaltung von Frank Warren statt. Die ist im Telford International Center in Telford, Shropshire. Meine Güte. Da kämpft Daniel Dubois gegen Bogdan Dino, auch ein Aufbau-Kampf. Bogdan Dino hat zwar nur zwei Niederlagen, aber hat auch einen etwas guten, aufgehüpften, hübschten Kampfrekord. Ist sogar, glaube ich, irgendwo im mittleren Feld sogar bei der WBA platziert. Das heißt, sollte Dubois, davon gehe ich jetzt erstmal aus, Bogdan Dino in diesem Kampf um den WBA-Interimstitel, sogar ein richtig hoher, hochwertiger Schlagen, ist der wieder ganz weit vorne dabei. Auf der Undercard kämpft auch noch Tommy Fury, der Bruder von Tyson Fury, gegen einen noch nicht bekannten Gegner. Aber ich denke, da werden auf jeden Fall die Favoritenrollen klar verteilt sein. Dann kommen wir zu einer Veranstaltung, die findet in Deutschland statt. Und die findet in Magdeburg unter freiem Himmel auf der Seebühne im Ellbauenpark statt. Dort kämpft Agit Kabayel gegen Kevin Johnson um den WBA-Continental Heavyweight-Title. Ein Kampf, sagen wir mal, das Gute an dem Kampf ist, er findet vor Zuschauern statt. Er findet so statt, dass ihn jeder sehen kann. Kevin Johnson ist aber in meinen Augen, sagen wir mal, das Schöne ist, man kennt ihn. Aber er ist jetzt auch ein Gegner mit 35 Siegen, gegen 17 Niederlagen. Nur weil er jetzt im letzten Kampf Hernandez besiegt hat, ist das jetzt nicht irgendwie ein Weltklasse- oder Superklasse-Gegner. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Samira, aber ich finde es jetzt halt irgendwie ein bisschen schade, weil man möchte doch jetzt schon mal etwas Höherwertiges sehen gegen das Kabayel-Box, weil da fehlt mir irgendwie jetzt mal so ein richtiger Prüfstein für ihn. Ja, ich finde auch, also man kann sich ja auch schon an den Platzierungen bei Boxtrek das zusammenreimen. Also Agit Caballel ist jetzt weltweit auf Platz 24 schon gelistet und Kevin Johnson ist auf Platz 92 gelistet. Also und seine K.O.-Quote liegt bei 35,85 Prozent. Ja, also der ist 41. Natürlich hat er sich irgendwie sehr überraschend mit einem K.O. gegen Hernandez zurückgemeldet und nach seiner Niederlage gegen Wach, aber keiner wusste auch, wie ist Hernandez drauf, was kann er überhaupt noch. Also den konnte man ja auch gar nicht einschätzen. Deswegen sagt für mich dieser K.O.-Sieg jetzt auch nicht so viel aus und eigentlich ist der Kampf nicht so spannend, weil davor war Kevin Johnson halt so quasi schon, ja, ein bisschen Fallobst. Da muss man ja sagen, davor hat er eins, zwei, drei, vier, fünf Kämpfe verloren, Mario Swach, Martin Bakole und noch Nathan Gorman, ein paar andere. Also davor hat er halt nur verloren, so. Da kommt nichts Großes mehr und eigentlich ist das halt echt kein spannender Kampf und eigentlich, man könnte Caballel auf jeden Fall bessere Gegner zutrauen, wobei man sagen muss, okay, Evgenius Laceridis ist jetzt auch nur aktuell auf Platz 96 irgendwie der Welt platziert. Der ist jetzt auch nicht so weit vorne und mit dem ist er halt auch über die Runden gegangen. Deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass das halt wieder ein Kampf so sehr klar, aber über die Runden gehen wird. Also was denkst du? Meinst du, das ist ein vorzeitiger Sieg? Außer Kevin Johnson geht die Puste aus. Das wäre natürlich auch sehr, kann auch natürlich auch sein, ne? Was durchaus passieren kann, der Mann ist 41, er ist sehr massig, könnte sein, aber ist eher unwahrscheinlich. Dafür ist Caballel einfach nicht zu schlagstark und ich glaube es nicht. Also ich denke, das wird ein ungefährdeter Punktsieg. Aber da muss, wie gesagt, da muss jetzt mal irgendwas kommen. Sei es nur gegen jetzt, vielleicht auch gegen einen deutschen Gegner, weil man ein Problem hat, jetzt auch Leute von weiter her zu kriegen. Kevin Johnson ist zwar US-Amerikaner, aber ich meine, er wohnt zurzeit in Gelsenkirchen. Äh, von daher. Ja, ist jetzt nicht so, man ist jetzt nicht so spannend so, ne? Aber ist halt ein bisschen schade, weil das bei Agit Caballel nach David Cesaro halt dann nur noch bergab ging mit den Gegnern. Also jetzt geht es wieder ein bisschen mehr bergauf oder soll halt langsam bergauf gehen. Das zeigt halt irgendwie so, dass entweder warten sie halt wirklich auf was Großes, wo sie Geld verdienen können und wollen halt kein Risiko mit den Gegnern gehen. Oder da gibt es halt irgendwelche anderen Probleme, warum das da so langsam, weiß man ja nicht, ne? So Verletzungen oder so, dass man so langsam sich erst wieder nach oben arbeitet. Aber ich meine, ja, also irgendwann muss man halt auch mal anfangen. So viel Zeit hat man dann halt auch irgendwann nicht, ne? Es ist halt so ein bisschen, ja. Es gibt so viele Gegner, die ich da lieber sehen würde auch. Ich nenne das jetzt mal aus dem Nachbar, aus Nachbarstaaten aus Deutschland. Zum Beispiel, oder selbst in Deutschland selber, ein Ali Ehren Demi Resen, der in Hamburg bei EC ist oder ein Christian Hammer oder ein Jean Kozobuzki, der bei Universum boxt. Peter Kadiru, keine Ahnung, da gibt es Tausende, die man da lieber sehen würde. Da gäbe es doch Möglichkeiten. Oder ein Johann Duarpa vielleicht sogar noch, obwohl der ja ein bisschen auch schon abgehangen ist. Möglichkeiten gäbe es da. Aber ich finde es halt irgendwie, hm, ich finde es halt langweilig. Ja, genau, es begeistert. Also man fiebert jetzt diesem Kampf nicht so entgegen. Natürlich ist das für ihn immer dann auch eine Aufgabe und so, aber da fehlt halt wirklich mal so ein Gegner wie Derek Chisora, so auf den man sich halt so freut. So, jetzt kommt Derek Chisora, jetzt kommt, auch so deutsch-deutsche Duelle kann man echt einiges machen, aber die wollen ja immer, alle haben Angst um ihren Rekord und dann wollen sie alle nicht. Und ja, geht halt immer so weiter. Ja. Ja. So, von Magdeburg gehen wir nach Florida. Am Sonntag, am Sunday, 6. Juni, findet im Hard Rock Stadium in Miami eine Veranstaltung statt von der Mayweather Promotions. Und da kämpfen unter anderem Badu Jack gegen einen noch nicht genannten Boxer, weil Jean Pascal wegen Dopings gesperrt worden ist. Und die sind jetzt krampfhaft auf der Suche nach einem anderen Gegner. Schade eigentlich. Der wäre ein gutes Rematch gewesen. Badu Jack ist ja auch einer, den ich eigentlich immer ganz gerne sehe. Vor allem sein Kampf, ich glaube, das war auch gegen Jean Pascal gewesen, oder? Wo der diese riesig große, klaffende Kopfplatzwunde hat und bis zum Ende durchgestanden hat. Ich glaube, oder war das Marcus Brown? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, den Kampf auch verloren. Naja, auf jeden Fall ein Boxer, den ich immer ganz gerne sehe. Ja, aber der eigentliche Hauptkampf, der steht gar nicht bei Boxerack drin, denn es ist ein Schaukampf. Logan Paul gegen Floyd Mayweather ist ein Kampf, den die Welt gebraucht hat, würde ich sagen. Nicht? Und das Interessante ist an diesem Kampf, Floyd Mayweather, 43 Jahre. Einer der besten Boxer der letzten 20, 30 Jahre ist Außenseiter gegen einen YouTuber. Kannst du das nachdenken? Ja, bei wem? Aber bei wem ist der Außenseiter jetzt? Bei den Buchmachern. Ach, bei den Buchmachern? Ja, dann muss man ja gleich Geld... Okay, dann sollte man jetzt auch einfach mal Geld in die Hand nehmen, Leute. Also, wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber hallo? Wollen die mich verraschen? Ja, hallo, genau, hallo. Also, das ist halt so... Egal, also natürlich kann ich schon verstehen, da gibt es ja einen sehr großen Gewichts- und Größenunterschied zwischen Mayweather und Paul. Logan Paul war das, ne? Der ist ja irgendwie knapp über 1,80 oder so. Und ja, Mayweather ist... Also, ich habe eben gelesen 1,88 und Mayweather soll 1,73 sein, wobei ich einen irgendwie größeren Erinnerung hatte. Ja, manchmal stimmen die Angaben ja auch immer nicht so. Aber auf jeden Fall ist er kleiner. Also, das hat man auch schon gesehen, als sie sich da gegenüberstanden und so. Und natürlich auch schmaler. Aber nur, weil jetzt jemand... Also, nur, weil jetzt ein YouTuber irgendwie 10 Kilo mehr wiegt als einer der besten Boxer, die es jemals gab, auch sehr... Gerade so defensiv sehr stark und dann auch viel beweglicher natürlich, glaube ich nicht, dass der den jetzt K.O. schlägt. Also, ich sehe das einfach nicht. Also, ich verstehe auch nicht, wer das da so beeinflusst. Wahrscheinlich hat er auf sich selbst so viel Geld gesetzt. Herr Paul, deswegen hat er die Wettkunden so beeinflusst oder seine ganze Familie so. Aber ich sehe da überhaupt gar keine Chance. Deswegen, ich hatte das Duell auch schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil ich das irgendwie so klar finde, dass Mayweather da gewinnt, dass ich da irgendwie gar kein Risiko sehe. Also, ich meine, der ist ja nicht mal ein Boxer. Also, muss man ehrlich sagen, auch wenn sein Bruder zum Beispiel auch nicht so schlecht setzt, sich immer im Ring zeigt. Aber der macht ja wenigstens dann noch echte Boxkämpfe in Anführungsstrichen. Aber die werden dann auch gepunktet. Aber das ist ja jetzt auch nur ein Showkampf. Also, ich sehe da kein Risiko für Mayweather. Und ich hoffe auch nicht, dass die sich da irgendwas Blödes abgesprochen haben. Weiß man ja immer nicht bei so Showsachen, ne? So, keine Ahnung. Aber ... Richtig. Ja, also, das ist halt schon sehr merkwürdig. Aber so richtig heiß auf diesen Kampf, weiß ich nicht. Also, ich finde Manny Pacquiao gegen Conor McGregor irgendwie spannender jetzt so als Beispiel. Als jetzt irgendwie Mayweather gegen einen der Pauls oder so. Das finde ich jetzt ... Also, sie haben eh keine Chance. Der könnte da gegen Hulk Hogan antreten. Die haben jetzt auch keine Chance. Der läuft den einfach weg. Der duckt sich. Der ist viel zu langsam für ihn. Also, ich sehe da wirklich gar nichts. Das ist gar kein Szenario, dass er da irgendwie in diesen Kampf reinkommt, wenn das irgendwie mit rechten Dingen läuft. Also, oder? Keine Ahnung. Also, ich wiege 30 Kilo mehr als Floyd Mayweather und der würde mich rund machen. Der würde fast jeden rund machen. Ach, der würde ... Selbst mit seinen 43 ... Ich glaube, es gibt noch genügend Boxer, die der vor Probleme stellen würde. Und der ist auch einer der besten der letzten ... Eben, eben. Ja. Auch echte Boxer, genau. Das ist halt so. Der ist ja auch im Training und so. Der ist, glaube ich, auch vielleicht jetzt nicht so extrem immer wie zu seinen anderen Zeiten und so. Aber der hat so viele Skills. Selbst wenn die irgendwie 10 Prozent, 20 Prozent schlechter werden, ist er immer noch, gehört er immer noch zur Weltelite in der Boxwelt. Das ist halt wirklich ... Ähm, ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dieser Hype, der da so manchmal so in Amerika so versprüht wird, der kommt manchmal in Deutschland, glaube ich, auch nicht so wirklich an, oder? Also, ich sehe jetzt nicht so viele Leute, die sich für dieses Event so extrem begeistern. Müssen wir mal Tommy fragen, wenn wir schon gleich wieder rummeckern. Ja, gut. Mayweather ist ein klasse Boxer gewesen. Ich war zwar jetzt nie Fan von ihm, aber er war halt hoch, 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 hoch effektiv. Aber ich glaube, er war jetzt nie hier so ein Star, wie es jetzt ein Mike Tyson oder ein Evander Holyfield gewesen war. Ja, das stimmt. Aber das hat auch mit der Gewichtsklasse zu tun, glaube ich, einfach. Auch natürlich, klar. Wenn der Schwergewichtler gewesen wäre, dann wäre er auf jeden Fall auch so ein Star geworden. Aber so ist natürlich... Wenn der Schwergewichtler gewesen wäre, hätte er sich aber nicht so bewegen können. Ja, genau. Aber er wäre wahrscheinlich trotzdem so talentiert gewesen und hätte dann irgendwie seinen Stil trotzdem irgendwie anders beeindruckt. Natürlich, er ist jetzt auch 44 schon, aber trotzdem, das sieht man ihm halt auch irgendwie gar nicht an. Und 1,73, 68 Kilo steht hier so. Ja. Muss man ja auch gucken, bei so einem Showkampf kann sich ja auch... Auch wenn er Mitte 40 ist, für einen talentierten Hobbyboxer sollte es reichen. Ja, der würde alle auseinandernehmen in irgendwelchen normalen Gyms, selbst wenn da ein paar Profis rumlaufen. Der würde jeden da lächerlich machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du würdest... Den triffst du einfach gar nicht. Ich glaube, das ist richtig deprimierend, mit 2 Meldungen im Ring zu stehen. Das ist richtig schlimm. Aber na ja. Mal gucken, ob es irgendwie dann... Ob es sich für die Leute lohnt, da irgendwie in Amerika Pay-Per-View-Gebühren für zu zahlen. Genau. Dann schließen wir jetzt die Vorschau ab und kommen zu den Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Da hat uns der Lorik bei YouTube eine Frage gestellt. Könnt ihr Marco Hook erwähnen? Was macht er und will Hook wieder boxen? Die Frage beantworten wir nicht. Die Frage wird wahrscheinlich am 14. Juni geklärt, denn da ist wieder eine erneute Purs-Bit angesetzt worden von der EBU zwischen Joe Joyce und Marco Hook um den Titel im Schwergewicht. Ja, irgendwie habe ich so ein Déjà-vu. Hast du das auch? Ich weiß auch nicht, wie oft wir schon darüber geredet haben. Das ist echt... Also das ist schon echt sehr lange her, irgendwie gefühlt so zwei Jahre oder weiß ich nicht, dass man schon so drauf wartet. Erinnerst du dich auf, was ich damals noch gesagt habe? Dass es nie zu diesem Kampf kommt wird oder so? Richtig, und dann kam er auch nicht. Den hatte er damals für ein paar hunderttausend haben, die den ja ersteigert und dann ist ja nichts passiert, weil er ja eine Verletzung hatte. Ja, und am nächsten Kampf hat er dann gegen Dennis Lewandowski geboxt. Gut. Ja, und dann kam Corona halt. Ne, Corona war vorher. Ja, genau, okay, davor. Aber man hätte das... Ja, okay, Joyce hat auch dann andere Sachen zwischendurch gemacht, aber es... Ja, Er hat unter anderem Wallisch vermöbelt und er hat Joe Joyce eindrucksvoll besiegt. Ach Quatsch, er hat Daniel Dubois. Ja, also ich glaube nicht, dass da so viel Interesse besteht von Joe Joyce Seite, diesen Kampf überhaupt zu machen, weil der hat sich jetzt recht gut nach oben gearbeitet und irgendwie, ob das jetzt für ihn so interessant ist, also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Summen fließen, dass da irgendwie das anders geregelt wird. Keine Ahnung. Also das ist da irgendwas anderes. Also ich glaube auch nicht, dass es da... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu diesem Kampf kommt, weil das wäre ja so das Szenario, ja, Hook hat es jetzt ersteigert oder das wird jetzt nochmal ausgetragen. Ich weiß auch gar nicht, er hatte das doch eigentlich schon versteigert, oder? Also warum kommt es dann nochmal... aber das war ja schon anderthalb Jahre her. Ich glaube, sowas verstreicht er dann auch. Dann hat er wahrscheinlich auch nicht so viel bezahlt, ne? Das war ja dann wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich nicht. Kein, das weiß ich nicht. Die Sache ist ja auch die, ich kann mir, warum ich jetzt eher glaube, warum es nicht zu diesem Kampf kommt, ist A, was bringt es Joyce? Joyce steht schon über Euro-Level durch seinen Sieg gegen Dubois. Was hätte er jetzt davon, gegen Marco Hook zu boxen? Das bringt auch kein Geld. A, bringt es kein Geld. Es bringt ihm in den Ranglisten nicht wirklich was. Also außer dem Titel, den er auch jetzt, Stand jetzt auch überspringen kann, du darfst jetzt auch nicht vergessen, der ist auch schon Mitte 30, der hat auch nicht mehr so viel Zeit. Ähm, da glaube ich jetzt nicht, dass er, ja, ich will, nee, was heißt mit Marco Hook aufhalten? Das ist jetzt, äh, klingt falsch, aber ich, äh, es bringt ihm jetzt nichts. Ja, das heißt, eigentlich muss Marco Hook ja wieder diesen Kampf ersteigern, damit er überhaupt diese Chance bekommt, weil sonst ist er verstrichen dann. Ja, er kann ihn da steigern, aber wird Joyce diesen Kampf auch annehmen? Naja, er müsste dann wahrscheinlich was Besseres vorzeigen, was ihn davor bewahrt, diesen Kampf, ne? Irgendwie einen anderen Titelkampf oder so. Anders gefragt, muss Joyce diesen Kampf machen? Nö. Er kann auch sagen, nö, gegen den boxe ich nicht. Dann boxe ich halt um irgendeinen WBA-Titel, um in die Ranglisten da hoch zu gehen. er muss was anderes dann boxen, glaube ich, weil du kannst nicht, ja, ja, dann du kannst was Besseres dann, oder einen wichtigeren Titel hat, glaube ich, immer Vorrang oder so, da muss man jetzt nochmal sich genau mit diesen ganzen Regularien auseinandersetzen, aber ich glaube auch nicht, also, ich weiß es auch nicht, Joe Joyce, für ihn macht das keinen Sinn, für Marco Hook weiß ich auch nicht, ob es so viel Sinn macht. Das ist einfach nur ein großer Name, den er dann immer nennen kann, aber wer davor gegen Lewandowski boxe und jetzt auf einmal gegen Joe Joyce, ich meine, das sagt ja schon alles so, ne, dieser Unterschied zwischen den Gegnern, so, ja. Hook ist ein hochgefutterter Cruiser-Gewichtler, der seine besten Zeiten leider hinter sich hat. Das bringt Joyce nix und ich wüsste jetzt auch nicht, das Blöde ist jetzt aber auch, selbst wenn Joyce sagt, ich brauche diesen Titel nicht, du hast jetzt da die europäische Rangliste, du hast die englische Rangliste, du hast vier Weltverbände, in denen du dich rumtreiben kannst, also im Endeffekt hat er genügend Möglichkeiten, zu sagen, das mache ich oder das mache ich, so, dann frage ich mich, wer hat dann sonst Interesse am Europameisterschaftstitel und dann ist die Frage, kann Hook dasselbe A stemmen oder B, wer hat dann Interesse, sich Marco Hook als Gegner zu holen? Ja, einfach Leute, die noch nicht so ein bisschen unbekannter sind als Joe Joyce, ne, also ich glaube, es gibt schon Leute, aber damit würde Hook dann wahrscheinlich wieder nicht so viel Geld verdienen können, ne, also es kommt ja auch noch an, wo er die Veranstaltung macht, so. Richtig, vor allem, und ah, wer will es sehen, wenn das jetzt auch wieder auf Bild plus läuft, das sieht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das viele Leute angucken. Ja, das ist halt immer das Schwierige, irgendwie brauchst du einen großen Namen, um das gut zu verkaufen, aber das Risiko ist natürlich auch sehr hoch, dass du da einfach eine Niederlage kassierst, also weiß man nicht, was Hook da so plant, aber warten wir ab, wir werden es ja, wir werden es ja bald wissen und dann werden wir klarer sein, auf jeden Fall haben wir jetzt was zu Hook gesagt und mal schauen, das wäre ja schon mal ein Vorteil, wenn er überhaupt mal wieder bald boxt und gegen jemand Besseres als Lewandowski. Die Messlatte ist da jetzt nicht so hoch. Ja. Kommen wir zu den Nachrichten. Und da haben wir eine Nachricht, was heißt eine Nachricht, war jetzt keine Schlagzeile, aber das war aus einem Interview von den Kollegen von GNP One gewesen. Samira, du hast das gesehen, da ist Felix Sturmer interviewt worden zu der Causa Wassermainboxing beziehungsweise der Causa Vincent Feigenbutz. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das war ganz interessant, das könnt ihr euch auf YouTube angucken, wer da Interesse hat. Und zwar sagt Sturm da, dass Wassermainboxing oder Wassermainboxing oder Sauerland, oder Sauerland, wie er auch noch gerne sagt, angekündigt hätten, also diesen Kampf mit Feigenbutz angekündigt hätten, ohne dass er einen Vertrag habe oder jemals irgendwie ein Angebot hat. Also Felix Sturm hat das halt verneint, er hat von denen halt nichts gehört, die haben den Kampf mit Feigenbutz halt trotzdem als Erste angekündigt, also an die Presse rausgeschickt. Dann, also da hat sich Sturm ein bisschen drüber aufgeregt, dann hat er James Kraft irgendwie stärker eingeschätzt als Vincent Feigenbutz, was man natürlich auch sehr stark, was ich sehr stark in Frage stellen würde. Also ich würde da schon Feigenbutz als stärker einschätzen. und ja, war, ist ganz witziges Interview, man sieht, dass Sturm nicht so gut auf Wassermainboxing zu sprechen ist. Er hat auch gesagt, man hört von ihnen nichts, sie machen keine eigenen Events, sie haben keine eigenen Cards und dann hat er Zitat gesagt, ich frage mich sowieso die ganze Zeit, was die da machen. So eine Sache finde ich nicht gut, also das mit dieser Pressemeldung und da mache ich auch nicht mit. Das heißt, dass dieser Kampf mit Falkenbutz wahrscheinlich nicht mehr kommt. Also so habe ich das verstanden, weil da mache ich nicht mit. Ja, entweder mit diesen Methoden, wie das da gelaufen ist, also auf jeden Fall scheint es nicht wirklich eine gute Beziehung zwischen Universum und Wassermain da zu geben. Er hat kein böses Wort an Universum gelassen, er hat nicht die kritisiert, keine Ahnung. Oder keine gute Beziehung zwischen Sturm und Wassermain. Ich glaube, Universum, die haben ja glaube ich nur eine Kooperation, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau, aber ich meine, man muss ja auch fragen, Wassermain schickt eine Pressemeldung raus, machen die das ohne mit Universum zu sprechen? Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Universum hat ja kurz danach dieselbe Pressemeldung rausgeschickt. Das heißt ja, beide müssen ja irgendwie miteinander kommuniziert haben. Ich denke nicht, dass Wassermain Boxing sich das jetzt ausdenkt und dann irgendwas verschickt. Das ist halt so ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, da haben beide Boxstelle irgendwas verkackt, wenn man das mal so sagen kann. Und Wassermain waren halt die Ersten so, aber irgendwas lief da halt in der Kommunikation nicht so wirklich gut. Aber das ist schon sehr fraglich. Aber so wie Felix Sturm in diesem Interview geklungen hat, hat er erstens, hat er keinen Bock, Falkenputz zu boxen? Hört sich ja so an. Dass er da diesen Kampf gar nicht interessant findet. Jetzt auch irgendwie James Kraft viel stärker redet und irgendwie Wassermain sehr schlecht auf sie anzusprechen ist. Also ich denke nicht, dass dieser Kampf kommt. Also einfach so mein Gefühl, weil Felix Sturm da keinen Bock drauf hat. Das habe ich auch schon vorher so gedacht. Aber nach diesem Interview bin ich jetzt völlig bestätigt. Also oder? Wie hast du das so empfunden? Apropos Falkenputz. Falkenputz kämpft ja auf der Undercard gegen Nuhu Laval. Ne, Nuhu Laval. Um das nur mal kurz als Nebenbemerkung anzufügen. Ja, ich denke auch. Also ich denke, er redet jetzt Kraft natürlich stark, weil ich sehe, Falkenputz da hat schon Vorkraft und da ist glaube ich mehr ja, gefährlich, es ist schon gefährlicher für Sturm, dass er gegen einen Feigenputz boxt. Zumal er in dem Interview ja auch gesagt hat, dass er gerne wieder um eine Weltmeisterschaft boxen will. Dann sollte man aber eher einen Feigenputz boxen als einen James Kraft oder Toni Kraft. Welcher von den beiden war es nochmal? Ne, das war James Kraft. James Kraft, okay. ja, im Endeffekt auch egal. Ja, ja, ich will hier nicht abheten oder sowas, aber ja, aber bitte, die Kraftbrüder, man mögen ein gutes, solides deutsches Level sein. So, das musst du auch erstmal schaffen, aber mehr ist es auch nicht. Da von einer Weltmeisterschaft dann zu sprechen, finde ich dann doch etwas, das war sehr weit hergeholt, dass man sagt, dass man sich über so einen Kampf dann für eine Weltmeisterschaft empfehlen kann. Da sollte man schon eher einen Feigenputz boxen, aber auch da bist du dann immer noch ein ganzes Stück von einer Weltmeisterschaft entfernt. Ja, James Kraft hat bis vor Felix Sturm nur einen Sterne kämpft, er hat nur No-Names geboxt, muss man jetzt mal ehrlich sein, von über diese typischen Peter Orlik, Pietro D'Alessio, dann Karel Horesjek, die kennt ja keiner, das ist alles Aufbau und er hat schon irgendwie 19 Kämpfe, da haben andere Leute schon irgendwie Weltmeisterschaften geboxt, also der hat wirklich, seinen Rekord kann man wirklich überhaupt nicht mit dem vor Witz und Feigbutz vergleichen, der hat ja wenigstens gegen Caleb Plant schon im Ring gestanden, gegen wirklich den Weltmeister, oder den De Caroles, der hat auf jeden Fall schon einen viel besseren Rekord, ich weiß nicht, warum man da James Kraft jetzt so stark redet, er hat wirklich sich noch, selbst wenn er mehr kann, er hat sich noch nie beweisen müssen, hat sich nie bewiesen, ja, also, wenn Felix Sturm den nicht locker ausboxst, dann weiß ich auch nicht, also dann, also das, das muss eigentlich für ihn ein klares Ding werden, das Einzige ist halt wirklich diese physische, ja, die physische Überlegenheit von James Kraft, er ist halt 1,85, er ist auch recht kompakt, er ist breit, das ist das einzige Problem, aber wenn Felix Sturm noch ein bisschen Schnelligkeit hat und sein Auge, dann sollte das eigentlich für ihn machbar sein und ich finde diesen Kampf auch jetzt nicht so, nicht so spannend und Feigenbutz wäre auf jeden Fall schon eine ganz andere Liga und ich glaube Felix Sturm weiß schon ganz genau, dass das für ihn risikoreicher ist und dass er da auch leichter K.O. gehen kann vielleicht, weil er einfach eine größere Schlaghärte hat und er hat keinen Bock darauf, so ein Risiko zu gehen für wenig Geld, das ist so meine Einschätzung. Apropos Risiko oder kein Bock drauf, es gibt noch eine Nachricht, wir hatten ja letztes Wochenende, wir hätten eigentlich auch noch auf einen Kampf eingehen können, der uns aber irgendwie total durch die Lappen gegangen ist, weil er auch bei Bock sagt nur einen Stern hat und zwar in Slowenien war eine Veranstaltung gewesen, wo unter anderem Dominik Bösel und Tom Jemski aus dem SES-Stahl geboxt haben. Dominik Bösel kämpfte dort gegen André Boudera, ein Mann mit 14 Siegen und 20 Niederlagen und hat durch eine Split-Decision gewonnen. Das ist ja schon mal eine Aussage, einen Kampf gegen einen, ja ich sag jetzt mal so einen, gegen einen Mann, der so einen Rekord hat, nur durch geteilte Entscheidungen zu gewinnen. Jetzt kommt aber auch noch hinzu, dass der Gegner, also André Boudera, was bei Facebook gepostet hat und sich zu diesem Kampf geäußert hat. Was kannst du dazu sagen, Samira? Ja, da wurde ja schon so ein bisschen heiß diskutiert. André Boudera hat auf seiner Facebook-Seite insgesamt halt schwere Vorwürfe gegen SES, also gegen das SES-Team um Dominik Bösel erhoben. Am 23. Mai hat er halt auf seiner Facebook-Seite sozusagen einen recht langen Text verkündet, in dem so zusammengefasst drin stand, dass er eigentlich diesen Kampf gewonnen hätte, also auch als Sieger verkündet wurde. Dazu hat er halt auch ein Foto geteilt, wo halt der Ringrichter seinen Arm hochhält und nicht die von Dominik Bösel quasi als Beweis für ihn, für seinen Sieg. Und er meinte, dass nach dem Kampf ein Punktrichter irgendwie von dem SES-Team da betreut, bedrängt, sein oder wurde oder er schreibt da auch was mit umzingelt, das ist natürlich alles ein bisschen schlecht übersetzt, deswegen kann man das jetzt auch alles nicht so wörtlich nehmen. Also, dass das Gegnerteam diesen slowenischen Punktrichter irgendwie umzingelt hätte, damit er seinen Punktentscheid korrigiert und Dominik Bösel dann mit 2 zu 1 Stimmen zum Sieger annannt werden kann, ja, das ist so das, was er behauptet und ist auf jeden Fall schon ziemlich krass, da wurde auch ziemlich viel diskutiert, auch in deutschen Foren, aber im Endeffekt bin ich da immer sehr vorsichtig, das sind natürlich alles schwere Anschuldigungen, aber im Endeffekt finde ich, für mich fehlt da einfach der klärende Beweis, weil erstens, es gibt kein Video von diesem Kampf zwischen den beiden, anscheinend wurde, gab es einen Stream irgendwie vom Team Pro Boxing Zabek-Events, aber dieser Kampf wurde da nicht gezeigt und anscheinend hat auch niemand im Publikum diesen Kampf aufgenommen, was halt auch merkwürdig ist, also gerade wenn man weiß, dass es nicht im Stream aufgenommen wird, weiß ich auch nicht, warum da keiner im Publikum da irgendwas filmt, gerade aus seinem Team, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es keinen Beweis, Videoaufnahme, nur dieses Foto und ich muss sagen, Vor allem in Zeiten, wo heute jeder seinen Hund beim Kacken filmt, dass dann ein Boxkampf nicht in irgendeiner Form mit dem Handy mitgefilmt wird, ist schon seltsam. Ja, auch manche live, manche zeigen das live, okay, wenn das jetzt vom gegnerischen Team wäre, die würden das Video wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen, wenn sie das hätten, das würde ja keiner machen, wenn das gegen dich sprechen sollte, aber für mich ist halt dieses Foto jetzt auch kein Beweis, natürlich sieht es blöd für Dominik Bösel aus, aber ich würde ihn jetzt auch nicht ja da irgendwie als Verlierer sehen, weil ich habe sowas wirklich selbst schon erlebt, manchmal sind wirklich Ringrichter oder die Ringsprecher verwirrt und dann wird einfach mal ganz kurz die falsche Ecke als Gewinner verkündet und dann hält der Ringrichter mal die falsche Hand hoch und nimmt danach, es weiß ja jetzt auch keiner, ob danach der Ringrichter vielleicht die Hand von Dominik Bösel hochgehoben hat, das weiß ja keiner, wenn er keine Videoaufnahmen hat, deswegen kann man auf so ein Foto ja nichts setzen, also für mich ist das halt null Beweis, natürlich dieses Urteil, wie du schon gesagt hast, Split Decision ist halt schon sehr, da muss man schon hingucken, weil man denkt so, ja also bei so einer Veranstaltung, dass Dominik Bösel dann nur das Split Decision rauskriegt, das heißt, es muss zumindest, muss es ja ein enger Kampf gewesen sein, sehr eng wahrscheinlich, aber mehr kann man dazu nicht sagen und sollte man auch nicht, ich finde es jetzt auch übertrieben, dass die dann auch, ja irgendwie bei Boxen 1 dann in den Foren dann eigentlich sich schon so festlegen, dass beschissen wurde und dass SRs auf jeden Fall bescheißt, so wie alle anderen, ja es gibt natürlich oft Fehlerurteile, gibt es bei jedem Veranstalter, leider, es gibt verschiedene Sichtweisen, aber wenn man keinen Beweis hat, dann sollte man sich da jetzt auch nicht so reinsteigern und jemanden irgendwie da provozieren und sich dann wundern, warum die Kommentare dann gelöscht werden, also keiner will so eine Trollse auf seiner Seite haben, die keine Beweise haben und einfach ohne Beweise irgendwas da irgendwie publizieren, was sie selbst nie gesehen haben, ich meine, keiner von denen hat diesen Kampf gesehen, deswegen keiner kann das sagen, ich habe dazu auch, auch kein Zuschauer, hat irgendein Zuschauer bei YouTube ein Video gemacht und zusammengefasst, wie der Kampfabend war oder was da passiert ist oder wer da als Sieger verkündet wurde, habe ich nicht gesehen, ich habe dazu nichts gefunden und wenn es nicht mal sowas gibt, dann braucht man sich da jetzt auch nicht unnötig auf eine Seite zu schlagen, so finde ich, solange wir da nichts haben, können wir dazu nichts weiter sagen und so muss man dann das Urteil so akzeptieren, wie es dann bei Boxrein eingetragen wurde, ne? Aber im Endeffekt ist der Punktrichter auch daran schuld, der sich dann auch bedrängen lässt, weil der ist derjenige, der dann auch falsch handelt und seinen Job einfach nicht richtig macht. Also finde ich so. Auch wenn Leute auf sich zukommen, das ist doch oft so, dass die dann sagen, ja was hast du da gepunktet, das stimmt nicht und das war, hast du nicht den Kopfstoß gesehen? Ich meine, die Trainer, die Ecken schreien doch immer irgendwas rein in Richtung des Punktrichters, was er nicht gesehen hat und so. Aber es ist ja seine Aufgabe, das irgendwie bei seinem Urteil zu bleiben oder es eventuell dann zu korrigieren, wenn er es einsieht, wenn es irgendwelche Gründe dafür gibt, aber ich meine nachträglich, wenn er wirklich irgendwie sowas geändert hat, dann sollte einfach dieser Punktrichter nie wieder gesperrt werden und wenn Budera nicht mal den Namen des Punktrichters erhält. Nie wieder gesperrt werden? Gesperrt, auf jeden Fall gesperrt werden, aber ich glaube, der Gegner hat ja nicht mal den Namen des Punktrichters erwähnt, deswegen der hält sich da ja auch ziemlich zurück so und dann bringt das alles ja irgendwie, dann ist es halt große Welle, aber ohne Ohne Beweis so, ne? Es ist halt irgendwie, ja. Nichtsdestotrotz, selbst eine Split-Decision finde ich halt schon eigentlich für einen Boxer wie Bösel schon ein bisschen enttäuschend. Also, wenn er es gegen so einen Boxer nur auf so eine Split-Decision schafft, dann sollte man sich vielleicht doch mal ein paar Gedanken machen. Also gehen wir mal davon aus, das ist jetzt alles mit richtigen Dingen zugangegangen und trotzdem nur eine Split-Decision. Da sollte man nochmal ein paar Sachen überdenken. Das spricht natürlich jetzt nicht für seine mentale Stärke. Ich glaube, es hat auch, man weiß ja nicht, ob er irgendeine Verletzung, das weiß man ja eh nie, das weiß man nicht, aber ich glaube schon, dass dieser K.O.-Sieg von Robin Krasnicki in der dritten Runde ihm da noch im Kopf rumspukt. Der spukt mir auch noch im Kopf rum. Also, das musst du erst mal verarbeiten so. Also, ich glaube, das hat auch damit zu tun. Und davor ja auch, Karo Murat hat ihm ja auch schon ziemlich zugesetzt, ne? Also, dann 2017, da kam es ja auch nie wieder zum Remake, obwohl Karo Murat das wollte. Also, da sieht man ja schon, die geben denen aus dem Weg, diesen schwierigen Aufgaben, oder wenn er verliert, dann versucht er das auch nicht zu korrigieren. Krass, Nitschi, diesen schwierigen Aufgaben, ein alt, ein, nichts gegen Chris, der Typ ist immer austrainiert, der ist immer fit, der ist immer bereit, der hat eine gute Workrate und der hat eine gute Ethik. Keine Frage, der hat aber nicht das große Talent. Ein alter Arthur Abram hat den locker ausgeboxt. Wegen dem musste ich damals Lionel Richie als Wetteinlösung hier noch im Podcast singen, falls du dich noch erinnerst. Ja. Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, ein alter Abram hat den ausgeboxt. Ja, stimmt, das war, ja, das war legendär, 2017 auch, ja. Ja, und dann, weißt du, was, und dann schlägt der Krass, Nitschi, den Bösel, einfach mal so richtig K.O. Der, das will mir nicht in den Kopf gehen, das will mir bis heute nicht in den Kopf gehen. Und ich bin so froh, dass ich nicht nochmal eine Gesangswette eingelegt habe. Und alle anderen auch. Ja, natürlich, das war schon überraschend. Ich meine, Krass, Nitschi hat jetzt auch nur eine K.O.-Kode von 33,33 Prozent. Er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass der Leute so umhaut, ne? Aber ich meine, wenn jemand, du kannst im Endeffekt, wenn du einen richtigen Moment hast und da jemanden triffst, der einfach offen ist, kannst du eigentlich jeden umhauen. Nur es gibt halt diese Momente nicht so oft. Aber es war halt schon sehr überraschend. Und bei Bösel ist jetzt halt wirklich die Frage, wie geht er halt damit um? Kann er sich da, gerade wenn es jetzt wieder so knapp war, kann er nochmal irgendwie da stärker zurückkommen? Ich meine, gegen Sven Vornling sah er ja echt gut aus in diesem Kampf, ne? Da sah er echt gut aus, muss man sagen, also er hat natürlich auch schon, auch gegen Enrico Kölling, muss man sagen, es war ja auch nicht so klar, dass der gegen Kölling gewinnt. Kölling ist auch schon ein ganz stabiler Boxer, guter Techniker. Gewesen. Ja, gewesen, genau, ja. Auf jeden Fall zu der Zeit, 2018, also hätte ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Bösel da gegen Kölling gewinnt. Also das fand ich schon eher überraschend. Aber ob er halt nochmal zu dieser Bestform zurückkehren kann, ich glaube, das ist bei ihm wirklich eine mentale Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, da muss das irgendwie erstmal alles verarbeiten und vielleicht war es noch zu früh, vielleicht ist er noch gehemmt, also keine Ahnung. Aber wir werden weiter beobachten, was da demnächst oder auf welchen Events er dann noch irgendwo auftritt. Und alle bitte Handys anschalten, bitte alles mitschneiden. Dann gibt es auch keine Probleme mehr. Oder es gibt dadurch noch mehr Probleme, das kann natürlich auch sein. Gut, abschließend haben wir noch zwei kleinere Meldungen. Gennady Golovkin soll wohl, wie es aussieht, am 28. Dezember in Tokio gegen Ryota Murata boxen. Ein Vereinigungskampf mit IBF und WBA. Das wird auf jeden Fall spannend sein, zumal wenn es in Tokio ist, durch die Zeitumstellung dürfte es dann wahrscheinlich irgendwann um den Mittag hier in Deutschland übertragen sein. Das dürfte auf jeden Fall spannend werden. Und Wasserman hat den Kampf zwischen Patrick Wojcicki gegen Esquia Falcao ersteigert. Da denke ich, werden wir dann auch wahrscheinlich einen Kampf dann bei Bild Plus sehen. Gut, das war es dann für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns für die zahlreichen Kommentare, Zuschriften, die uns erreicht haben. Wir lesen sie alle. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns immer. Wenn ihr Kommentare habt, stellt sie, äh, könnt ihr gerne unter das Video schreiben oder bei Facebook, bei Instagram und wo wir sonst noch so alles sind. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund, macht es gut. Tschüss. Tschau. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast. Musik Musik 5 Musik 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 Musik